Es gibt zwei spektakuläre neue Meldungen zu und über China. Das erste ist das neue große asiatische Freihandelsabkommen, das größte, das die Welt jemals gesehen hat. Und die zweite Meldung sehen Sie auch gleich. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich Willkommen und bevor ich jetzt wieder in Euphorie verfalle und wieder mal einen super euphorischen Beitrag abliefere zu China und zu chinesischen Aktien, erstmal ein Wort zur Warnung. Für all die, die denken, China würde jetzt wieder gut dastehen. Auch China hat das Coronavirus noch nicht eingedämmt. Wir hatten in China Ende letzter Woche 17 gemeldete Neuinfektionen und am Tag vorher waren es auch schon 12. Und damit haben all die China-Kritiker recht behalten, die schon immer vermutet haben, dass China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern möglicherweise eben auch nicht besser dasteht als zum Beispiel unsere Landkreise Plön oder Lüchow-Dannenberg. Zum Thema Coronavirus, da gäbe es noch viel zu sagen natürlich, aber ich verkneife es mir heute. Ich bin ja letzte Woche schon von etlichen Zuschauern dafür gerügt worden, für meine dreiste Behauptung, Joe Biden wäre der nächste US-Präsident. In der mir eigenen, vorschnellen, nassforschen Art und Weise habe ich das behauptet. Es ging in dem Video zwar gar nicht um die Wahl an sich und um die Finessen, die es da vielleicht noch gibt, sondern es ging um US-Technologiekonzerne und was für die kommen könnte, wenn Joe Biden Präsident ist und die Prämisse dafür war, dass Joe Biden Präsident ist. Aber da gehen die Meinungen wohl noch sehr auseinander, wie ich wiedergesehen habe. Ich will das Ganze gar nicht großartig kommentieren jetzt. Was vielleicht nur so viel wichtig ist, gerade wenn man als Anleger unterwegs ist, die Finanzmärkte werden meistens beherrscht von Konsensüberzeugungen. Darüber muss man sich immer im Klaren sein, auch wenn man die Welt vielleicht selbst völlig anders sieht. Man muss das trotzdem in Rechnung stellen. Die Welt ist rund, die Sonne geht im Osten auf, Joe Biden ist der nächste US-Präsident. Das sind zur Zeit unsere Konsensüberzeugungen. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch der Punkt, wo die Hälfte von unseren Zuschauern aussteigt. Ich kann Sie aber beruhigen, wenn Sie selbst eine völlig andere Meinung haben als die anderen, also eine Dissidentenmeinung sozusagen, dann ist das gerade am Finanzmarkt ja manchmal wirklich pures Gold wert, muss man auch so sehen. Aber das ist es natürlich hauptsächlich dann, wenn Sie am Ende Recht haben. Und das ist der schwierige Teil, sich immer wieder zu fragen, bin ich jetzt plem plem oder ist der Markt plem plem? Aber grundsätzlich eine abweichende Meinung ist immer interessant, wenn man Anleger ist, weil dann hat man nämlich schon mal eine Arbeitshypothese, wo man dann ansetzen kann am Markt. Und zum Coronavirus, zur Coronavirenkrise nur so viel jetzt. Die USA haben jeden Tag mehr registrierte Neuinfektionen, als China seit Ausbruch dieser Seuche insgesamt gehabt hat. Ist den Börsen aber relativ egal. Die interessieren sich nicht für die Neuinfektion. Die interessieren sich auch so gut wie nicht dafür, wo es gerade wieder gut läuft und wo es noch schlecht läuft. Was die Börsen wollen, das sind Nullzinsen und Stimulusprogramme. Ist jetzt aber vielleicht auch nur eine Dissidentenmeinung. Eben meine dann. Aber wie gesagt, China, im Gegensatz zu uns, hat das Virus in großem Teil eingedämmt. Der Laden brummt wieder und das schon seit Monaten. Das ist allerdings auch schon bekannt. Was neu ist, das ist das große Freihandelsabkommen RCEP. Sie haben vielleicht auch davon gehört letzte Woche. Es kam relativ überraschend, dass die sich geeinigt haben. Aber es ist natürlich trotzdem sensationell das Ganze. Mit in dieser Freihandelszone sind jetzt zum Beispiel China, Japan, Südkorea. Also drei Erzfeinde eigentlich. Dann die zehn ASEAN-Staaten. Und dann auch noch Australien und Neuseeland. Also eine bunte Mischung und es ist aber auch gleichzeitig ein riesiger Wirtschaftsblock. 2,2 Milliarden Menschen und 30 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Und damit ist das Ganze jetzt auch die größte Freihandelszone der Welt. Für den Westen, vor allem für die USA, ist das ein Desaster. Die USA hatten ja eigentlich schon TTP, die Transpazifische Partnerschaft mit vielen wichtigen Pazifik-Staaten. Auch welche aus Lateinamerika, die da angrenzen. Und letztlich ja Unterführung der USA und unter Ausschluss Chinas. Das war damals also schon sehr aggressiv. Und die USA hätten damit ihren Einfluss in der Region auch zementiert. Und das Ganze war sogar schon unterschrieben. Aber Donald Trump hat ja nichts Besseres zu tun gehabt, als das den Partnern dann sofort wieder vor die Füße zu werfen. Donald Trump ist China zwar hart angegangen die letzten Jahre. Aber aus Sicht Chinas, allein das, dass er aus TTP ausgestiegen ist, das war die Sache schon wert. Und sie müssten ihm eigentlich ein Denkmal bauen, gleich neben der Mao-Gedenk-Halle. Denn damit hat er ihnen wirklich einen unglaublichen Gefallen getan. TTP ist jetzt nur noch ein Rumpf. Und das entscheidende Bündnis in der Region ist jetzt das neue RCEP unter der Führung Chinas. Vielleicht kriegt er ja kein Denkmal in China, aber zumindest einen schönen Job bei PetroChina. So wie Schröder bei Gazprom. Ganz einfach mal für besondere Verdienste. Was es die EU betrifft, da ist es vielleicht nicht unbedingt direkt eine Niederlage für die EU. Aber man sieht natürlich auch im Zusammenhang mit der EU, wo die Reise gerade hingeht. Die EU steht nämlich auch ein bisschen armselig da gerade. Das TTIP damals, das Abkommen mit den USA, ist ja vor vier Jahren auch gescheitert. Dieses Jahr ist Großbritannien ausgetreten, der Brexit. Und wir hatten ja zum Beispiel dieses Abkommen mit den Mercosur-Staaten in Lateinamerika, das 20 Jahre lang verhandelt worden ist und das jetzt aber so gut wie tot ist. Ich verstehe, dass es bei sowas immer Bedenken gibt. Solche Abkommen haben natürlich auch ihre Schattenseiten. Aber man muss dann eben weitersprechen und das auch irgendwie lösen irgendwann mal. Und dass man so eine Chance aber grundsätzlich gehabt hat und dass man das derart vergeigt, so wie es die EU gerade gemacht hat, das ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Asien ist uns da weit voraus momentan. Wie gesagt, China, Japan, Korea sind ja eigentlich Rivalen gewesen. Oder auch im Moment China und Australien. Da hatten wir ja auch wieder große Spannungen. Und was noch dazu kommt, ist ja, dass die Länder auch grundsätzlich sehr unterschiedlich sind. Also nehmen Sie Japan und Australien mit einem sehr hohen Lebensstandard und auf der anderen Seite Länder wie Kambodscha, Laos, Myanmar. Das ist ja auch ein riesiges Wohlstandsgefälle. Aber trotzdem, trotz dieser Spannungen, trotz dieser Unterschiede, haben es diese Länder eben alle geschafft, sich zusammenzutun und sich zu einigen. Und das ist wirklich eine Leistung. Eine Leistung, die sich aber auch auszahlen wird am Ende. Vor allem wirtschaftlich, aber auch politisch wahrscheinlich. Ich kann mir nur heraus vorstellen, dass dadurch die Spannungen in der Region auch wieder abnehmen. Wer profitiert am meisten? Im Grunde profitiert jeder, der in der Region gute Produkte hat, die er auch exportieren kann. Natürlich handeln die jetzt schon alle untereinander, ist völlig klar. Aber in Zukunft werden eben 90% von allen Zöllen auf Waren und mindestens 65% von allen Zöllen auf Dienstleistungen wegfallen. Das heißt, das Ganze wird für viele Unternehmen interessant in der Region. Was die Länder betrifft, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob China das Land ist, das von der Frage an das Zone am meisten profitieren wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel bei den ASEAN-Staaten, dass es da ein paar gibt, Singapur zum Beispiel, Vietnam, aber auch Philippinen, Kambodscha, die vielleicht sogar noch stärker davon profitieren. Entscheidend ist aber, dass es ja sowieso schon die Region ist, die seit Jahren weltweit am stärksten wächst. Und jetzt haben wir aber noch diese Freihandelszone oben drauf. Das heißt, wir haben hier eine Wachstumszone, wir haben hier eine Wohlstandsphäre, die gerade entsteht, die sich noch besser entwickeln kann in Zukunft. Und ich bin mir sicher, mittelfristig wird die Bedeutung von dieser Region weiter steigen und mittelfristig wird sich auch das wirtschaftliche Gleichgewicht weiter in Richtung Asien verschieben. Und auch als Anleger haben wir da eben die Region, meiner Meinung nach, wo die nächsten Jahrzehnte die Musik auch spielen wird. In den Medien bei uns, da ist das Ganze fast ausschließlich behandelt worden und gesehen worden als ein Angriff Chinas auf den westlichen Wohlstand und auf die westliche Führungsrolle. Hier zum Beispiel in der FAZ, das habe ich da gefunden, eine Kampfansage an den Westen, natürlich eine Kampfansage Chinas. Ich sehe es nicht so, sondern ich würde eher sagen, den Ländern geht es da gerade momentan gar nicht so sehr um den Westen, sondern den meisten, die zumindest da mitgemacht haben, sondern darum, dass die Märkte vor Ort eben schon so interessant sind, dass man es sich nicht leisten kann, dass man da außen vor bleibt. Aber trotzdem für China ist das Ganze natürlich ein Triumph. Und China wird diese Freihandelszone auch in gewisser Weise dominieren. Und was China betrifft, darf ich Sie nochmal an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report erinnern. Es geht da um zwei chinesische Aktien, für die sich viele interessieren, nämlich die Alibaba Group und JD.com. Beides Unternehmen, die profitieren werden auch von dieser Vorhandelszone. Alibaba ist ja zum Beispiel schon stark präsent in Südostasien mit der Tochter Lazada. Und es hat sich aber natürlich auch sonst viel getan in den letzten Monaten. Und darum dieser neue Report, dieses Update. Und der geht morgen raus. Also noch schnell anmelden da, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Unsere Reports sind kostenlos. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Diese Woche Alibaba, JD.com. Wo stehen die gerade? Sind sie kaufenswert? Und welche Aktie ist die bessere? Gut, und dann habe ich Ihnen ja noch eine zweite Super-Mailung versprochen zu China. Und das ist jetzt wirklich was, das so gut wie keiner auf dem Schirm hat momentan. Und über das auch so gut wie keiner berichtet. Nämlich die Frage, wie groß ist die chinesische Wirtschaft eigentlich? Man liest ja ständig, die größte Volkswirtschaft der Welt, das sind die USA. Auf Platz 2 dann China. China holt auch auf und China wird die USA auch irgendwann überholen. Also 2030, 2050, wann auch immer. Aber so einfach ist es eben nicht. Es kommt ja immer darauf an, in welcher Einheit wird dieses Bruttoinlandsprodukt jeweils überhaupt gemessen. Normalerweise misst man immer alles in Dollar. Aber was, wenn der Dollar zum Yuan vielleicht stark überbewertet ist? Dann würde das diesen Vergleich ja wahnsinnig verzerren. Und es gibt schon lange Studien und Analysen, wo man die Wirtschaftsleistung von den verschiedenen Ländern eben nicht einfach zum aktuellen Kurs, gerade in Dollar umrechnet, sondern wo man die Kaufkraftparität hernimmt zum Vergleich. Man stellt sich also die Frage, was kriege ich denn in China zum Beispiel für meinen Yuan? Was kostet da ein Big Mac? Was kostet da eine Tasse Kaffee? Und so weiter. Das ist auch nicht unumstritten, ist klar. Aber wenn man die Wirtschaftsleistung Chinas bereinigt um diese Kaufkraftparität, dann kommt da ein Wert raus, der deutlich höher ist als das, was wir bisher immer hatten. Und es hat auch immer schon Stimmen gegeben in den letzten Jahren, wo gesagt wurde, wenn man diese Kaufkraftparität nimmt, dann hat China die USA eigentlich schon überholt. Und seit drei Wochen ist das Ganze auch mehr oder weniger amtlich. Jetzt sagt das nämlich auch der IWF in seinem neuesten World Economic Outlook. Er sagt, die chinesische Wirtschaftsleistung kaufkraftbereinigt liegt bei 24,2 Billionen Dollar und ist damit schon fast 20% über der Wirtschaftsleistung von den USA. Das sind nur 20,8 Billionen Dollar. China ist demnach also die größte Volkswirtschaft der Welt und nicht mal die USA. Und ich frage mich schon, warum darüber kein Mensch schreibt momentan. Wahrscheinlich, weil es vielen Leuten auch nicht so richtig runtergeht. Ist das Ganze furchtbar wichtig? Ich würde sagen, es ist vielleicht nicht alles entscheidend, weil man ja über die Methode auch streiten kann, wie gesagt. Aber allein von der Symbolik her ist es natürlich schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass die Anleger international sich völlig anders verhalten würden, wenn sie im Hinterkopf hätten, China ist eben nicht mehr einfach nur ein großes Schwellenland, sondern es ist die führende Wirtschaftsnation der Welt und eben nicht mehr die USA. Aber vielleicht reicht es ja schon, also für uns als Anleger, wenn wir uns einfach vor Augen halten, Die chinesische Wirtschaft ist mittlerweile riesig, erstens. Dann zweitens, China hat das Coronavirus eingedämmt. Es wird fast die einzige Volkswirtschaft sein in diesem Jahr, die ein positives Wachstum ausweisen wird. Und drittens, und das ist das Beste, chinesische Aktien sind auch noch günstig. Der S&P 500 Index in den USA, der ist die letzten 10 Jahre um 200% gestiegen. Der Hang Seng China Enterprises Index ist im gleichen Zeitraum um 20% gefallen. Der S&P 500 Index hat einen Durchschnittskalge V von 28. Der Hang Seng China Enterprises Index hat nur einen Durchschnittskalge V von 10. Und wenn man das alles zusammen nimmt, ist es eigentlich kaum nachvollziehbar, dass von den deutschen Privatanlegern immer noch so gut wie keiner chinesische Aktien hat. Und wenn Sie dieses Thema noch vertiefen wollen, es gibt da ein weiteres hervorragendes Video dazu, und zwar von meinem geschätzten Kollegen Sebastian Hell. Ich glaube, dass ich Ihnen schon mal das Buch hier gezeigt habe, Optionsstrategien für jede Marktphase, hat der Sebastian geschrieben. Er ist in der Szene einfach auch ein Großkaliber, muss man so sagen. Und es geht bei ihm auf dem Kanal jetzt auch um große Anlagethemen, es geht auch oft um Politik, und er spart da auch oft nicht mit Kritik an unseren Politikern und unseren Institutionen. Wird Ihnen gefallen. Wenn Sie einen Finanz-YouTube-Kanal abonnieren müssen, abgesehen von meinem natürlich, dann ist es der Kanal von Sebastian Hell. Der heißt Hell investiert. Und unter meinem Video hier habe ich jetzt auch auf seinen Kanal mal verlinkt. Go West hat man früher gesagt. Ich glaube eher, dass sich die Anleger langsam ein neues Motto suchen sollten. Und ich schlage vor Go East, beziehungsweise was Fernost betrifft, Go Far East. Und was den Kanal von Sebastian Hell betrifft, Go to Hell. Sorry Sebastian, aber der flache Gag, der musste jetzt dann doch auch noch raus. Alles Gute Ihnen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich anmelden von Zukunfts-Märkte-Report. Viel Erfolg bei Ihren Investments und Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.